Freunde, was war das bitte für ein Fußballspiel zwischen dem SV Werder Bremen und dem FC Bayern München? Die Bayern zerstören Bremen regelrecht mit 5 zu 0. Und ich sag's euch Leute, wenn es so weiter geht, dann sind die Superbayern zurück. Wenn sie es nicht schon sind, aber da will ich mich noch ein Stück weit zurückhalten. Deswegen stelle ich es eher als Frage in den Raum. Denn am kommenden Wochenende steht ja das Duell gegen Bayer Leverkusen an. Und je nachdem, wie sich die Bayern da präsentieren, würde ich mich in der Hinsicht noch mal ein Stückchen eher zu einem Fazit hinreißen lassen. Aber das, was man heute gegen Bremen gesehen hat, war wirklich eine maximale Machtdemonstration. Werder, und das muss man sich mal geben, hatte im gesamten Spiel nicht einen einzigen Schuss aufs Tor. Auch keins daneben, nichts. 0,00XG-Wert. Also wenn sich ein Spiel den Titel Einbahnstraßenfußball verdient hat, dann ganz klar dieses. Denn chancenloser hätte man nicht sein können. Und was ich persönlich auch ein bisschen erschreckend finde, also spricht jetzt positiv für die Bayern. Die Bayern sind fast 6 Kilometer mehr gelaufen als Werder Bremen. Und das zeigt mir auch ganz klar, und man hat es ja auch in den letzten Spielen gesehen, die Bayern haben richtig Bock. So wie der deutsche Rekordmeister aktuell auftritt, das haben wir gefühlt seit Jahren in der Form nicht mehr gesehen. Jeder einzelne Spieler ist bereit alles zu gehen, jeder einzelne Spieler ist bereit die nötigen Meter zu machen. Man will immer mehr, jeder will die Tore schießen, aber gleichzeitig fehlt dabei auch nicht der Blick auf den besser stehenden Nebenmann. Und das alles führt jetzt dazu, dass die Bayern nach 4 Spieltagen mit 16 Toren und einer plus 13 Tordifferenz dastehen. 12 Punkte, 4 Tore im Schnitt pro Spiel, 20 Tore in den vergangenen drei Pflichtspielen. Erst Kiel mit 6 zu 1, dann Zagreb mit 9 zu 2 und jetzt 5 zu 0 gegen Werder Bremen. Sind diese Mannschaften jetzt der absolute Maßstab? Nein. Nichtsdestotrotz, und das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, man muss diese Gegner dennoch auch erstmal in der Höhe abschießen und vor allem auch jetzt wie im Fall gegen Werder Bremen wirklich gar nichts zulassen. Und ich bin gefühlt jetzt schon an dem Punkt, obwohl noch 30 Bundesligaspiele zu spielen sind und natürlich noch die ganzen Topspiele anstehen, dass ich das Gefühl habe, dass in dieser Saison nichts an den Bayern vorbeiführt. Was Kompany da gerade auslöst, ist einfach der Wahnsinn. Er scheint die Mannschaft an der richtigen Stelle anpacken zu können und gefühlt scheint er auch in der Lage zu sein, aus dieser Mannschaft das Potenzial rauszuholen. Besonders hervorheben würde ich heute übrigens Michael Oles, der für mich der Man of the Match war. Zwei Tore, zwei Vorlagen, hat er im vergangenen Spiel schon doppelt getroffen. Ich würde sagen, der Mann ist spätestens jetzt angekommen. Harry Kane, auch zwei Vorlagen, ein Tor. Damit steht er nach vier Spielen einfach mal bei fünf Toren und fünf Vorlagen. Einfach krank. Und vor allem sind die Bayern ja gefühlt jetzt auch von Spiel zu Spiel besser geworden. Am ersten Spieltag gegen Wolfsburg, da dachte ich noch, oh okay, die Bayern sind auf jeden Fall sehr stark angreifbar. Gegen Freiburg hat man es dann zwar souverän gewonnen, aber gefühlt war das auch noch nicht mega beeindruckend. Aber die letzten drei Spiele geisteskrank. Einfach nur geisteskrank. Und das auch unabhängig davon, dass es vielleicht leichte Gegner waren. Das stärkt das Selbstvertrauen der Mannschaft. Die Brust könnte zu diesem Zeitpunkt jetzt wahrscheinlich breiter nicht sein. Und das ist das Beste, was einem passieren kann vor einem Topspiel wie das gegen Bayer Leverkusen. Wo wir nächste Woche mal echt gespannt drauf sein dürfen. Die Werkself ist ja jetzt aktuell auch nicht gerade schlecht drauf. Das wird auf jeden Fall ein richtig geiles Topspiel. Und Stand jetzt würde ich auch sagen, da fallen wahrscheinlich auch viele Tore. Da haben wir für die kommende Woche jetzt auf jeden Fall eine ganze Menge Gesprächsstoff. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann wisst ihr ganz genau, was zu tun ist. Ansonsten schreibt mir jetzt mal gerne eure Meinung zum FC Bayern bis hierhin unter Company in die Kommentare. Ich bin echt gespannt, wie ihr darüber denkt. Und in dem Sinne, gebt euch einen kräftigen Kick und bleibt am Ball. Ich bin echt gespannt, wie ihr da seid. Da sind wir da zehn Jahre schon.